Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von BLE TV. Best Life Entertainment ist mal wieder unterwegs. Unser Reisemagazin hat uns diesmal in die bayerischen Berge geführt und nicht irgendwo sondern am Spitzingsee. Und wenn ihr da mal ein Wochenende verbringen möchtet, dann kann ich euch nur empfehlen das Arabella Alpenhotel am Spitzingsee. Das ist wirklich sensationell, ein ganz toller Wellnessbereich und man kann da wirklich ganz toll essen. Da gibt es zwei Restaurants und die sind sogar noch hundefreundlich. Also wer einen Hund hat, kann auch mit dem Hund in diesem Hotel einchecken und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. Super Personal und tolle Zimmer und natürlich mit Balkon Blick auf den See. Also kann ich nur empfehlen Arabella Alpenhotel am Spitzingsee und dann kann man natürlich hier in der Gegend wunderschön walken oder auch biken und wandern gehen. Was das Herz begehrt, wer die Berge liebt, einfach mal hier zum Spitzingsee. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Bildern hier vom Spitzingsee in den bayerischen Alpen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr am Ende der Sendung unseren YouTube-Beitrag liked und vielleicht auch abonniert. Bis dahin, euer Schmidi aus den Bergen. Ciao, ciao! Kaffee! ! Euer Schmidi! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das war unser kurzes Reisemagazin hier vom Spitzingsee. Also wer gerne hier mal walken möchte, wandern, biken, also Fahrrad fahren oder auch schwimmen im See hier im Spitzingsee, dem kann ich es nur empfehlen, wunderschönes Wetter und wenn ihr übernachten möchtet, dann geht einfach ins Arabella Alpenhotel hier direkt in die wunderschöne Gegend in den Alpen am Spitzingsee. Also viel Spaß dabei und das war es mal wieder von uns BLE TV auf YouTube. Ich würde mich freuen, ihr liked oder abonniert auch unseren Kanal. Bis dahin euer Schmidi hier vom Spitzingsee. Ciao, ciao! Spitzingsee